Hey, ho, was lange währt, wird endlich gut, der Dark Season Jam 2023 ist vorbei. Okay, Spaß beiseite, ich danke Kentaro für das Veranstalten, das komplette Gamedev Café danke ich auf jeden Fall und natürlich den 5 Teilnehmern Hotzenplotz, Limbus, Matos, Mank und Salamander. Ohne euch wäre das hier natürlich nicht möglich, ich finde das so schön, dass ihr die Projekte gemacht habt. Und ich habe vor, eure Projekte zu let's playen. Und ich möchte zusätzliche Preise vergeben, habe ich alles auch hier irgendwo geschrieben, da steht das Ganze, lese ich gleich vor. Aber viel wichtiger, wir fangen heute an, ein Spiel zu streamen, heute 19 Uhr wahrscheinlich, wenn alles nach Plan läuft, ich hoffe, spielen wir Erntetag von Limbus. Also, haltet euch bereit, heute endlich ist es soweit, Erntetag von Limbus. Und wer Limbus noch nicht kennt und seine Spiele noch nicht kennt, in der Videobeschreibung ist ein Download-Link zu älteren Spielen von ihm. Ihr könnt ihr auf jeden Fall runterladen. Also, Wild bei Nacht kann ich echt jedem empfehlen, das ist mega cool gewesen. Raus hier fand ich auch richtig geil. Allgemein, die Spiele kann man alle spielen, wirklich echt Top-Spiele, kann ich wirklich empfehlen. In der Videobeschreibung, Link draufklicken, runterladen und glücklich werden. Und heute, 19 Uhr im Stream erscheinen, weh, wenn ihr nicht da seid, Erntetag von Limbus und dieses Mal hoffentlich, wirklich. Und jetzt lese ich mal kurz den Text vor. Ich hatte letztes Jahr in einem Video von mir angekündigt, dass ich etwas zu den Gewinnen beisteuern wollte. Vielleicht erinnern sich da einige dran. Leider gab es dahingegen organisatorische Probleme. Allerdings stehe ich selbstverständlich zu meinem Wort. Wenn auch in einer nun etwas anderen Form als ursprünglich geplant. Ich würde gern per Zufall jeweils 10 Euro Steam-Guthaben an zwei der Teilnehmer verlosen. Das werde ich dann auch streamen. Das werde ich live auf meinem YouTube-Kanal streamen. Also, ihr werdet sehen, wie ich das verlose. Das wird alles mit rechten Dingen zu gehen. Hier wird nicht beschissen. Und zwei der Teilnehmer bekommen von mir nochmal jeweils 10 Euro Steam-Guthaben. Das haben die sich auf jeden Fall verdient, dass sie ihre private Zeit damit aufgewendet haben, hier mitzumachen. Des Weiteren werde ich eure Spiele gerne auf YouTube streamen. Hat jemand dahingehend ein Problem, dann würde ich das Spiel nicht streamen. Selbstverständlich ist ja klar. Ich streame nur die Spiele von den Leuten, die auch nichts dagegen haben. Und da werde ich auch jeden persönlich dann nochmal anschreiben und auf Antwort warten. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Ich streame nicht einfach irgendwelche Spiele, die ich im Internet finde. Auch wenn sie öffentlich, kostenlos und was auch immer sind. Das ist nicht in Ordnung. Okay, ich danke fürs Zuschauen. Heute 19 Uhr. Wehe, ihr seid nicht da. Okay, tschüssliiii.